Da ist er doch. Aufhalten. Vielleicht krieg ich beide auf einmal. Nicht? Kein Double Kill. Schau. Oh. Er will doch. Na komm. Oh. Jetzt aber. Ne. Oh. Ich verteile dich an der Wand. Bam. Nicht. Bam. Geht doch. So. Dich jetzt noch. Ganz ruhig. Aus der Hüfte. Puff. Oh. Nicht gesund. Nicht gesund. Nicht gesund. Gucki. Nicht gesund. Du hast schon noch die Stärke dran, oder? Das war jetzt echt nicht dein Erster, oder? Wo kam das denn jetzt her? Moment. Ich konzentriere mich gleich auf dich, Georeisch. Was war das denn? Ist das Droh? Hm. Gott, hat die Erde gerade gebebt. Das war ja Wahnsinn. Ach, du bist noch da. Sag's doch gleich. Dann machen wir's doch einfach so. Du kriegst schon was von mir. Daneben. Hoppla Ach, ich hätte das auch infiltrieren können So, so, wow, so Rambo-mäßig So Unter Wasser Es ist nicht tief genug, egal Unterm Wasserfall ist immer irgendwas Irgendeine Höhle Nicht Schade Oh ja, waschen Ständig kann man in Dusche nehmen Oh Gott, tut es gut Mal nach oben hüppen Nicht Da gibt es doch bestimmt was Herausfinden Und Nicht Wow, guck dich mal den Regenbogen an Wunderschön Ich bin gerade wirklich im Regenbogen Jetzt nicht euer Ernst Wow, so sieht es also im Regenbogen aus Wow Meine Grafikkarte denkt sich gerade Fuck you Oh man So, da bin ich wieder Kurze Unterbrechung gehabt Äh, ja Eingerufen worden Soll es auch geben Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie runterkommen Soll ich springen? Hm Wo geht es da lang? Wo geht es weiter? Gehen wir doch da lang, oder? Trampelpfad Ja, wie geil ist das denn? Ah ja, okay Und nun? Ah, okay Jetzt kann ich ja auskundschaften Das ist doch in Ordnung Schauen wir mal, was gibt es denn hier? Danger Meins Ach so, die Geräte hier Was soll das denn sonst sein? Ach du Scheiße Oh Mann Da leuchtet was Die haben Bagger Ich habe keine Chance Nicht gegen gelbe Bagger Okay, ich bin mal voll erschrocken Was ist da drüben? Schulgebäude Okay Warum nicht? Gut, dann Lauf ich mal lang Ich habe jetzt keine Leute gesehen, oder so Die kommen wahrscheinlich noch Aha Das führt mich also hinter diese Absperrung Soll mir recht sein Okay, und das ist ja ein Typ Stimmt Er bekommt noch eine Abreibung Ne, nicht mit dem Raketenwerfer Das wäre nicht so gesund Ah, da ist der Gute Wie ich mich vertippe Das ist echt schwierig Was hast du denn gehabt? Ah ja Okay Bleib da ruhig liegen Kann man sich glaube ich besser gebrauchen Ich gehe mal kurz in die Hütte rein Mal schauen was da drin gibt Ja, was wichtiges scheint ja nicht zu sein Außer Ja Töpfe Pfand Na klar Pfand Das braucht man immer Pfand dagegen ist toll Ich habe gerade mit dem Wie geil ist das denn? Kannst du dich vor mir verstecken? Pardon Mann Aufmerksamkeitsdefizit Ihr Koreaner Mann Was habt ihr denn? Du hast plötzlich ein Bart bekommen Oh man So Wow Zwischen so ein kleiner Ruckler Finde ich doof Was ist da los? Egal Ähm Hm Vielleicht ist es dann nur so in der Aufnahme Oder zumindest während der Aufnahme Meine ich Egal Wie ich weiter drauf eingehen Ich soll hier eine Geisel befreien Oh man Was im Schulgebäude Ich bin mal gespannt Was sieht denn hier nach Schule aus? Trüben scheint sie zu sein? Oh wow 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 Ich lock mal gleich mal ein Du bist in Alarmbereitschaft Noch wen? Wo sind denn die alle? Ich glaube das ist echt nicht Wo sind denn die alle? Ich habe mir gedacht Ich bin hier voll In mega Oh was liegt denn da? Ich bin hier voll In mega Stützpunkt Wow Alles zu mir Was ist das denn? Flashbang Nur her damit Oh mein Gott Alles meins So Oh mein Gott Ich habe ja noch Munition für den Raketenwerfer Oh wow wow Nicht gut Nicht gut Ich meine für die Gegner So So dann Kurzzeitig mal Aufladen Vielleicht den Gegner mal Platz machen Wie wäre das denn? Na Komm Komm Dreh dich in meine Richtung Ja Wer ist hier noch? Genau Schau was passiert ist Verdammt Verdammt Ja Wollte ich auch gerade sagen Okay Ich bin mal dafür Dass ich mal so eine Granate ausprobiere Ich hoffe es funktioniert Oh wow wow Die Sicht Der ist ganz verschwommen Yeah Wow 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 Wo kommen die ganzen Feinde her? Das gefällt mir ja gar nicht Habe ich auch noch eine andere Granate Irgendwie Oh wow 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 Wie das sieht mich Das geht doch gar nicht War das eine gut platzierte Flashbang? Ja Wo seid ihr denn? Los doch Ach dann Super Den hätte ich echt Nicht kriegen können Oh wow wow Ist da einer gespawnt Oder so? Das muss ich jetzt echt Taktisch klug angehen Das geht voll in die Hosen Es geht mega in die Hosen Er wird es nicht schaffen Wenn ihr nicht vorankommt hier Leute Ich bin hier Ich warte Wo kam der denn her? So Das ist gut So Dass ich überhaupt was reißen konnte Hier geht es ja immer noch ab Weiter machen Gelber Bagger Wow Was ist denn hier passiert? Hat sich einer gewütet? Oh ich weiß ja nicht Ist nicht dein Ernst Kommt da noch mal einer ran? Oh Gott ist das spannend Das hier ist also die Schule Wie will ich denn noch gar nicht hin? Was gibt es denn noch für Gebäude? Na komm schon Und runter Okay Flaggen Das ist ziemlich befestigt Was ist das für ein Gebäude? Da will ich mal rein Ich glaube da gibt es Moon Schauen wir mal Oh ich bin so loot süchtig Ich brauche loot Ich werfe mit Fachbegriffen um mich Hört ihr das? Ich kann ihn sehen Bitte geht down Holt ihn euch Das habe ich echt gebraucht Erschießt ihn Mit Deckung Ja Plötzlich zeigt sie Wirkung Ja aber immerhin haben wir das hier Mehr brauchen wir nicht Sie steht ja auch wieder Was gibt es denn hier Schönes? Aha Ich glaube ich rauche mal ein bisschen auf So ihr könnt kommen Was war das denn? War das gerade eine Halluzination von mir? Nicht oder? Ich hoffe jetzt werde ich nicht mehr Was ist er denn für einer? Komm schon Schweizer Käse Ich kann nicht mehr so sagen Das war wirklich daneben gerade Profit ich bin im Rathaus Scheint das Hauptquartier der KVA zu sein Hier sind Pläne einer Forschungseinrichtung Das muss unsere Ausgrabungsstätte sein Ah ja Warum nicht? Irgendwelche Pläne mitnehmen? Koreanisch kann ich nicht Wer genau? Das müssen wir tun Oh wow 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 Wo auch immer das ist herkommt Wo auch immer das ist herkommt Jungchen Wir können über alles reden Ich muss auch mal meinen Spaß haben Wisst ihr? Mann So Hier Nochmal ein Ich kann keine Raketenwerfer mehr tragen Was denn? Ist das Glas oder ist das Glas? Schon oder? Ja Gucken wir mal was wir noch in die Luft jagen können Vielleicht gerade hier vorne Wie wäre das denn? Einfach mal die Barrikade hier wegräumen Weiter Abstand Dankeschön So 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 gefällt mir das doch Ach da ist er Ich glaube ich habe keine Chance gegen die Hühner Okay Ja wenigstens die Hühner haben überlebt So mag ich das Da darf es nicht passieren Nicht so Gorgi Nicht so Feierschutz Ich kenne keine Gnade Kein Kontakt Also mehr als in die Fresse hätte ich echt nicht schießen können Gut Boah Aber dann werde ich jetzt mal in die Schule gehen Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Crysis Mit mir Frau Gorgi Alrighty then Ich kenne mich mal in die Schule gehen Und dann werde ich mich wieder auf den Kasten Und dann werde ich mich wieder auf den Kasten Und dann werde ich mich wieder auf den Kasten Und dann werde ich mich wieder auf den Kasten Und dann werde ich mich wieder auf den Kasten